Die neue Wetterwoche birgt wieder einige Gefahren. Es wird verdammt glatt auf unseren Straßen. Bevor wir uns aber diesem Thema widmen, blicken wir noch einmal kurz zurück auf das, was da in München passiert ist. Klar, es ist Winter, da schneit es. Aber was auch klar ist, solche Schneemassen, und das sind gut 50 Zentimeter in München, die gibt es nicht in jedem Winter. Das letzte Mal, dass so viel Schnee runtergekommen ist oder teilweise sogar noch ein bisschen mehr, war Ende der 60er der Fall. Also rund 65 Jahre ist das zum Teil zurück. Also kein Wunder, dass es hier teilweise zur Ausnahmensituation gekommen ist. Haken wir das mal ab. Was jetzt kommt, ist das hier, und zwar Eisglätte, Glatteisgefahr wegen gefrierenden Regen. Also es wird verdammt glatt auf unseren Straßen, und damit steigt dann auch leider wieder die Unfallgefahr wieder an. Und nach derzeitigem Stand ist das besonders in der Nacht zu Dienstag über der Landesmitte bis in den Süden der Fall. Und die Zone erstreckt sich dann Dienstag früh zum Berufsverkehr auch weiter in den Osten, also wenn dann der Regen auf die Frostluft bzw. auf die gefrorenen Böden trifft. Heute Nacht gibt es aber erst einmal Schneefälle im Nordwesten. Ein paar Zentimeterchen kommen da zusammen, sonst ist der Himmel sternenklar. Und das hat Auswirkungen auf die Temperaturen. Teilweise geht es runter bis auf minus 18 Grad am Alpenrand. Ein bisschen milder ist es im Nordwesten. Dann ziehen neue Schneefälle auf am Montag in den Südwesten. Da gibt es dann auch wieder einige Zentimeter gerade in den Mittelgebirgslagen. Also dann hier die Glättegefahr. Und dann geht es teilweise mit dem gefrierenden Regen schon los. Bei milden 5 Grad im Südwesten. Dauerfrost gibt es im Osten und im Südosten. Dann die gefährliche Lage zum Dienstag im Osten und im Südosten. Im Westen wird es der war schon deutlich milder. Und am Mittwoch geht es dann insgesamt mit nasskaltem Wetter bei uns weiter.